Wir sprechen hier von der Ironcoat Kabeldrommel, das ist eine Metallkabeldrommel. Metallkabeldrommeln dürfen seit drei Jahren nur noch mit einer speziellen Schutzisolierung auf den Markt gebracht werden. Die Vorschriften haben sich hier vor drei Jahren geändert. Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, sprich die Dachorganisation der Berufsgenossenschaften, hat eine neue Vorschrift erlassen, nach der herkömmliche Kabeldrommeln auf dem Bau nicht mehr verwendet werden dürfen. Wir haben gesagt, wir wollen weiterhin Metallkabeldrommeln produzieren für den Handwerker, denn die Metallkabeldrommel hat eindeutig Vorteile. Sie ist robuster, sie ist unverwüstlich, sie ist auch kältebeständig. Wir haben hier eine spezielle Schutzisolierung, die die Kabeldrommel vor der Übertragung von Stromspannungen auf die Außenseite schützt. Die Berufsgenossenschaft geht vom Worst Case aus, sprich ein Kabel hat auf der Baustelle im Alltagsbetrieb eine Schnittverletzung und das Kupfer liegt blank. Die Trommel wird aufgewickelt und wie es der Zufall möchte, kommt die Schnittverletzung direkt an die Außenseite und überträgt dann praktisch die Stromspannung und Sie kriegen einen Stromschlag. Das wird nicht gewünscht. Daher diese Schutzisolierung. Auch der gesamte Isolationskern ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Das heißt, auch wenn sich hier durch irgendwelche Zugkräfte hinter der Steckdose Kabel lösen sollten, dann sind diese Kabel nicht blank, sondern schutzisoliert und Sie haben hier einen außergewöhnlichen Schutz. Das Ganze ist von der Berufsgenossenschaft zertifiziert worden. Es entspricht BGI 608, das ist die Vorschrift für Betrieb von Kabeldrommeln auf der Baustelle. Wir sprechen hier vom deutschen Standard, der der höchste ist in Europa und andere Länder werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren